Liebe Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschafter, liebes Publikum zu Hause. Während der Pandemie nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere zu denken, das ist eine ganz wunderbare Gäste. Diese Haltung verdient Respekt. Denn in dieser schwierigen Zeit ist es eine echte Herausforderung, Dinge, Pläne, Vorhaben überhaupt umzusetzen. Super ist das. Großes Lob an das junge Organisationsteam.